Es ist Montag! Endlich Montag! Endlich geht die Börse wieder los bzw. sie läuft schon und das im Moment zumindest mal gar nicht so schlecht. Wir fangen mal an mit dem DAX. Der DAX Index im 4-Stunden-Chart, wie ich finde interessant. Wir haben sogar noch die alte Skizze. Wir hatten mal so eine Überlegung, wo typischerweise Rücksetzer eben hinlaufen. Das ist so halbwegs in diese große blaue Zone. Die muss ich glaube ich nicht noch mal erklären. Das habe ich in den letzten Wochen so häufig gemacht. Das wisst ihr noch. Und wir hatten aufgrund der Symmetrien zum Beispiel diese Länge da unten noch mal so eine kleine Box aufgezeichnet, die eben andeutet, naja vielleicht in der Zone, in der Zone sozusagen, da wäre ein möglicher Dreh nicht so unrealistisch. Er ist leicht unten runter gegangen, aber man sieht glaube ich schon die Idee dahinter. Vielleicht war es das tatsächlich mit der Abwärtsseite. Vielleicht habt ihr das Wochenende genutzt und das Video mit Dr. Jörg Rahn und mir angeguckt. Wir haben uns darüber unterhalten. Er ist selber sozusagen für das große Geld zuständig, für die ganz langweiligen Trades, würde man sagen, eigentlich für die Investments. Er ist Zykliker. Das heißt, er guckt auf die Daten und ich hatte mich mit ihm unterhalten, wie er denn aus Datensicht, aus Zyklikersicht, aus Sicht des Großkapitals eben den Markt einschätzt, wie sie damit umgehen mit den Bewegungen und dementsprechend mal eine andere Sichtweise reinzusehen. Denn ihr wisst, ich bin Charttechniker. Das heißt, ich gucke nur das an, was die Marktteilnehmer machen aktuell. Das heißt, mir ist es eigentlich egal, ob es eine Blase gibt, ob das realistisch ist oder nicht. Für mich ist entscheidend, kaufen die Leute noch? Dann kaufe ich halt mit. Oder hören sie auf zu kaufen? Dann sollte ich spätestens dann auch ernsthaft überlegen, nicht mehr zu kaufen oder sogar Gewinne mitzunehmen. Und ich will dem Video nicht vorweg greifen, aber er hat durchaus deutliche Worte gesprochen, was bis Jahresende noch passiert. Ich will es, wie gesagt, jetzt nicht im Einzelnen durchkauen. Und das kann durchaus noch mal sehr auffällig werden. Schaut euch das Video sehr, sehr gerne ebenfalls noch mal an. Dann habt ihr da auch aus der Sicht mal eine Idee, wie das große Kapital drauf guckt. Ich gucke im Moment aus charttechnischer Sicht drauf und wir sehen, wir sind immer noch in einem bullischen Markt. Das kann sich ändern. Einige ändern sich. Ich hatte beim DAX gesagt, also alles ist für mich erst noch mal okay im großen bullischen Bild. Zumindest mal so lange, wenn er nicht deutlich unter 15.200 oder 100 gehen. Spätestens dann fange ich an, pampelhuselig zu werden. Was die Käuferseite angeht, sehe ich dann doch einen beschädigten Bullenmarkt mit schneller Chance, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, sogar relativ deutlich gehen kann. Aber zumindest mal vorläufig mal um viele, viele, viele hundert oder vielleicht sogar mehrere tausend Punkte. Aber das ist eine andere Geschichte. Noch sind wir stabil oberhalb der Marke und deshalb ist für mich es noch zu früh davon zu sprechen, dass die Marktteilnehmer keine Lust haben. Aktuell, seht ihr, sind die Bewegungen eher nach oben gerichtet. Das macht ein bisschen Mut, nämlich wir haben ein interessantes Niveau erreicht, wo eine Wende sehr realistisch ist. Für die, die es nicht ungefähr so erkennen können, das war das Tief jetzt hier, was wir hatten jetzt vor ein paar Stunden. 15.450 in etwa. Seitdem sind wir in der Aufwärtsbewegung und es besteht ernsthaft die Chance, dass der Kurs ab jetzt weiter nach oben geht. Die Korrektur damit so langsam aber sicher abgeschlossen ist und wir weiter auf Bullenkurs sind, zum Beispiel Richtung 18.000. Diese Marke hatte ich ja mal genannt als ein Bild. Wenn es Bullish bleibt, im Moment habe ich ja gesagt, sind wir noch Bullish, wäre das eine realistische, eine nicht abwegige Zielweite. So, jetzt habe ich es mehrmals erwähnt, ab wann ich hibbelig werde. 15.200, 100 rum, da fange ich an nervös zu werden. Aktuell gibt es noch keinen Grund nervös zu werden. Wenn ich mal den fünf Minuten DAX angucke, ich mache das mal ein bisschen groß, noch mal so ein bisschen als Augentraining. Ich sage häufig, die eine Seite muss stark sein, muss stark in eine Richtung sein und Gegenbewegungen sind häufig dreiwellig und ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Das sieht wirklich dreiwellig aus. Gegenbewegungen laufen gerne in die Zone 38-20 bis 61-8. Das ist quasi immer diese blaue Kiste, die wir hier haben und ein möglicher Einstieg ist dann irgendein Trigger hier. Diese Zwischenhochs wären jetzt entsprechende Marken. Also man kann natürlich versuchen, aggressiv hier reinzugehen. Das machen wir nicht sehr häufig. Manchmal machen wir das. Für uns ist das hier immer eine Marke. Das ist allerdings natürlich nicht immer ganz sexy, aber es hat den Vorteil, dass wir eigentlich eine ganz gute Bestätigung haben, dass wir weiterhin auf dem Weg nach oben sind, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Also insofern sind da die Chancen für weiter nach oben durchaus gegeben. Aber wir haben jetzt von hier bis zum höchsten Punkt. Wie viel Bewegungsabläufe? Im Wesentlichen würde man sagen eine hoch, eine zweite runter, eine dritte hoch. Das könnten drei Weller sein. Das heißt, ich möchte jetzt um Himmels Willen vorläufig nicht sehen, dass diese Marke durchstoßen wird. Vorsichtig, die macht jetzt nicht das gesamte bullische Bild kaputt. Wir haben gesagt, 15.200 alles noch safe. 15.100 irgendwie so da in dem Bereich. Das ist nicht super haarscharf, aber ab da, muss ich sagen, wird es dann langsam eng. Allerdings, wenn diese Marke durchstoßen wird, dann bin ich mir relativ sicher, nicht 100 Prozent sicher. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich will nämlich noch ein anderes Muster nochmal eben zeigen, was mir gerade einfällt. Von wegen drei Welle ich runter, drei Welle ich hoch und eventuell nochmal einen Impuls bis hier. Das heißt, unter Umständen ist das kein echter Trigger, dass es nochmal runter geht. Ich würde gerade sagen, eigentlich, wenn ich das nochmal durchstoßen sehe, sehen wir auch nochmal das. Aber nehmen wir mal an, im Rahmen einer Flat-Bewegung wäre auch das nochmal möglich. Nichtsdestotrotz, ich würde auch an dieser Marke nicht short gehen. Warum nicht? Naja, wir sind schon so weit nach unten gelaufen. Wir sind da, wo er eigentlich hingehört und das Potenzial bis nochmal ein bisschen tiefer, aber nicht mehr über die, unter die 200. Das ist mir also diese mögliche Zielzone, wo gesagt mögliche Zielzone, ist mir einfach zu klein, um da noch zu shorten. Also ihr seht, also für die Short-Seite bin ich im Moment, also vielleicht intra 5 Minuten Basis hier mäßig, da kann man natürlich überlegen, ob man da nochmal Short mitmacht, wenn man hier irgendwie sowas hat. Und dann hat man hier einen Dreiweller und der triggert hier, dann kann man natürlich nochmal so einen kleinen Short am Nachmittag machen, so zwischen Kaffee und Kuchen. Solche Sachen sind natürlich immer denkbar und möglich, dass man sowas nochmal macht. Aber insgesamt hier im etwas größeren Bild würde ich oberhalb der genannten großen Unterstützung eigentlich nichts machen. Wobei, das muss ich dazu sagen, die 15.200 rum, ist das eine echte Unterstützung? Es ist eigentlich eher eine Gefahrenmarke, wenn er die nach unten durchstößt. Also vorsichtig, das ist nicht zwangsweise eine echte Unterstützung, da geht der nicht durch, sondern es ist eine, passt mal auf hier, nicht übertreiben, rote Linienkonzept. Also wenn er die durchstoßen würde, wäre das kritisch. Also noch der Teil ist gut, der Teil ist gut, bei dem Teil bin ich mir noch nicht so sicher, weil der ist etwas niedriger als der. Sonst hätte ich gesagt, das ist doch 1, 2, 3, 4, 5. Ist auch noch gut, aber er ist leicht überschneidend. Also ich bin noch nicht mega glücklich. Zumindest mal nicht beim DAX aktuell, wenn ich mir das angucke. Wir können mal gucken, was der Kollege Future macht hier in dem Fall, wie das Bild da aussieht. Ob es da vielleicht ein bisschen besser ist. Na ja, wenn wir ehrlich sind, von dem Punkt, das sieht sehr dreiwellig hoch aus und der sieht wieder überschneidend aus. Also auch nicht wirklich viel besser. Ich sag mal so, ich finde es okay im großen Bild. Ich blätter nochmal hier zurück und dann gucken wir uns das an. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die Aufwärtsrichtung haben. Es wäre natürlich eine Idee für die, die diese mittlere Größen handeln wollen, jetzt zu sagen, komm, ich eröffne eine Position, stoppe hier unten drunter bei 100. Klar, ich habe 500 Punkte Risiko, aber wenn es dann Richtung 16.000 läuft, naja gut, dann habe ich, Entschuldigung, 18.000 läuft, dann habe ich ja auch, naja, zweieinhalbtausend auf der Guthabenseite, die dann realistisch sind. Da kann ich auch notfalls 500 riskieren. Aber ihr müsst damit rechnen, weil das noch nicht so super mega toll aussieht, dass es vielleicht doch noch mal tiefer geht. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also das perfekte Szenario, wie wir es hier vorne hatten für den ersten Teil, ist es aktuell nicht. Wer das genutzt hat, der kann in den Stopp unter dieses Tief legen hier, beziehungsweise eigentlich so ein bisschen 78er Marke hier nachziehen. Irgendwie sowas in der Richtung. Wenn er doch noch läuft, ist alles super. Wenn ihr jetzt doch ins Schwitzen kommt, na gut, dann fliegt man halt raus, hat aber auch nicht wirklich großartig was riskiert. Finde ich okay. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das der Trade des Jahrhunderts wird. Aber finde ich okay. Also insgesamt noch Bullish und erste Avancen Richtung Bullenmarkt. Gucken wir uns auf den Dow Jones, dann sehen wir, das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Allerdings ist er im vier Stunden Chart im Moment ein bisschen zu kurz gesprungen. Na gut, das dürfen wir ihm nicht vorwerfen. Er muss ja nicht exakt dahin. Schön ist es natürlich, wenn wir fallende hochs haben, fallende Tiefs. Das haben wir nun in dem Fall. Also insofern können wir ihm guten Gewissens sagen, das kann durchaus eine Korrektur sein. Es ist ein bisschen höher als das, was ich mir vorgestellt habe. Aber alles noch völlig im Rahmen. Hier hatten wir sogar noch so ein Wende, ein Bornbar für diejenigen, die das Ding handeln oder gesehen haben, selber mit Ausbruch nach oben. Und gut, Ziele dann auch schon erreicht. Also die, zumindest mal die typischen, einfachen Ziele. Ich hatte hier mal einen Anfall an Möglichkeit, wie das aussehen kann. Und ich hatte eigentlich gedacht, geht doch noch ein bisschen tiefer. Es kann aber auch jetzt passieren. Das heißt, diesen ersten starken Anstieg, das wäre quasi der, wenn es in den nächsten Stunden wackelig runtergeht. Ja, dann haben wir doch wieder genau das Bild, diese Bestätigung. Und dann können wir entsprechend auf der Long-Seite uns triggern lassen. Wir gucken uns das mal an, hier im 5-Minuten-Chart. Einfach, dass wir uns das wieder anschauen. Die relativ starke Aufwärtsseite, hier eine A, B, C. Dann sind wir jetzt hier wieder weiter nach oben unterwegs. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt ja hier irgendwie sowas hin. Dann wäre das quasi dieses Bild, das, was ich hier eben hatte im 4-Stunden-Chart und ich schnell genug weggeklickt habe. Also der nicht, sondern quasi das Ding. Das wäre quasi von da unten bis da oben. Anschließend die Korrektur wieder in die Mitte rein. Blaue Zone. Das wäre quasi diese Korrektur. Und dann der Trigger dieses Zwischenhoch für dann endlich wieder Long. Sprich dieser Trigger für dann endlich wieder Long. Wer sich jetzt sagt, ich sehe die Marken nicht. Ich mache es noch mal ein bisschen größer. Wobei mir es auf die Marken ja noch gar nicht ankommt. Denn ich habe ja weder den Hochpunkt. Deshalb weiß ich auch noch nicht, wo die Mitte ist. Ich zeichne es aber noch mal ganz schnell fürs Augentraining. Wir haben einen starken Anstieg. Wir haben hier eine Pause. Im Moment haben wir von da nach da einen starken Anstieg. Vielleicht sind wir jetzt wieder in der Pause. Solange wir hier oberhalb bleiben, bin ich sehr glücklich. Dann ist das nämlich gerne eine vierte Welle hier. Idealerweise sollte sie aber auch nicht viel größer sein als die. Das heißt so langsam aber sicher zum Ende kommen in der Geschichte. Ich kann das mal hier so ein bisschen andeuten. Das war die Korrektur, die wir hier vorne hatten. Bisschen größer so ungefähr. Da sehen wir, die haben wir jetzt so langsam. Ist die Korrektur noch nicht so richtig zu erkennen. Vielleicht kriegen wir es aber ja noch sogar so hin. Dann kann man sagen, okay, das war jetzt dann so eine Korrektur und anschließend dann die fünfte Welle. Erste hoch, zweite Runde, dritte hoch, vierte runter und die fünfte Welle. Wir wären überlappungsfrei, überschneidungsfrei, also impulsiv sagen wir. Mit einem Impuls auf dem Weg nach oben. Danach eine Korrektur wäre für mich eine schöne Einladung, da entsprechend reinzugehen. Anders als hier waren wir hier aber schon sehr in der Nähe des blauen Kastens. Wir können es mal angucken. Da sind wir jetzt hier in der Nähe des blauen Kastens. Lieber wäre mir eigentlich, ich würde noch eine Stufe tiefer gehen. Also ich fände es jetzt keine Katastrophe, wenn er da noch hingeht. Ungefähr 33.800, 700, 600, notfalls auch noch 500. Finde ich alles in Ordnung. Future mäßig 33.700, 600, 500. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber mit der freudigen Erwartungshaltung anschließend geht es hoch. Also insofern relativ ähnlich wie der DAX. Und dieses Bild im 5 Minuten Chart etwas deutlicher als das, was wir beim DAX haben, weil noch eben überlappungsfrei, da hinten so wie es aussieht. Das macht mir einen etwas besseren Eindruck. Notfalls nochmal mit dem Rücksetzer. Allerdings auch hier gibt es eine Marke, die 33.100 in etwa. Alles was oberhalb ist, ist noch bullisch, ist noch völlig bullisch. Alles oberhalb von 33.400 in etwa ist sogar ausgezeichnet bullisch. Und bis 33.100 würde ich sagen, naja, nicht ganz optimal, aber immer noch okay. Aber darunter, dann öffnen wir das Türchen zu 31.000 oder sogar noch tiefer. Aber solange wir oberhalb sind, ist es noch ein Bullenmarkt. Aus meiner Sicht sind die Anzeichen für weiter steigende Kurse durchaus noch gegeben. S&P, schauen wir uns den auch nochmal schnell an. Zumindest mal hier so im hinteren Teil sind wir ja schon mal ordentlich nach oben gekommen. Es ist allerdings so ein bisschen die Frage, ist das schon ein motivierter Rücksetzer, den wir hier haben? Denn wir haben gesagt, also es ist noch realistisch, dass wir sogar auch nochmal runter gehen. Also ich weiß, dass einige sagen, nee, nee, du bist der Profi, du musst doch jetzt sagen können. Oder kannst du das etwa nicht? Du musst doch jetzt sagen können, ob der Kurs nochmal einmal da runter geht oder nicht. Ich würde mich eigentlich gar nicht wundern, wenn er das tut. Und ich habe es eben bei den anderen beiden schon gesagt, noch mal einmal tiefer. Ich würde mich nicht wundern. So richtig glücklich bin ich mit dem Anstieg noch nicht. Immerhin ist das, was wir hier sehen, so halbwegs überlappungsfrei. Also wenn man sagt das und hier war eine Pause, das und hier war eine Pause. Gut, jetzt sind wir hier dann hoffentlich in der Endphase des Anstiegs. Wenn er jetzt sehr korrektiv hier runter geht, in die Mitte rein, ja, messt vom tiefsten zum dann höchsten Punkt. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen höher vielleicht. Weiß ich nicht. Aber dann kann ich erst messen. Aber wenn wir so ungefähr in die Mitte hier wieder reingehen und das dreiwellig ist, vorsichtig, nicht übereifrig hier gleich kaufen. Spätestens aber wenn er da triggert, dann hätten wir das bullische Bild. Und dann würde ich einfach sagen, auch wüsste was, das machen wir auf jeden Fall noch mal. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir nicht einfach die Position sogar laufen lassen. Stop einfach hinterher ziehen und mal gucken, ob er dann nicht doch ohne diesen Ausflug da unten nochmal macht. Aber selbst 4380, 60, 40 wären jetzt für mich kein Killer für das bullische Bild. Überhaupt nicht. Richtigen Killer ist 4200. Alles oberhalb ist notfalls noch erklärbar. Besser irgendwo oberhalb von 4300 bleiben. Aber spätestens ab 4200 fange ich an, hebelig zu werden. Dann ist irgendwas definitiv nicht in Ordnung aus bullischer Sicht. Ja, aber solange wir oberhalb bleiben, ist es immer noch in Ordnung. Und wenn euch das zu weit ist für einen Stop, das kann ich verstehen. Also wir haben viele Stops auch enger. Dann müssen wir halt im Zweifelsfall raus, wenn er das nochmal macht. Aber ihr müsst damit rechnen, dass wir ungefähr in dieser Box, das ist 4380, 70, 60, 40, irgendwie sowas in der Richtung, dass er da nochmal reinläuft und dann erst dreht. Das halte ich für nach wie vor für gangbar. Nur wenn er das jetzt so macht, wie ich das hier aufgeschrieben habe oder aufgezeichnet habe, dann würde ich sagen, ja okay, sparen wir uns das vielleicht. Aber ihr seht, wie deutlich der jetzt hier runter kommt aktuell. Da würde ich sogar für euch 5 Minuten Händler unter euch, wenn er das macht, sogar nochmal Shorty machen als zwischendurch. Im Moment kommt er ja doch relativ dynamisch hier auf der Abwehrseite. Aber ich will euch nicht verführen, jetzt auf ganz kurzen Zeiten unterwegs zu sein, wenn euch das zu kurz ist. Ja und der Nasdaq, wie sieht es da aus? Beim Nasdaq bin ich mir insofern nicht so ganz sicher, ist das jetzt die Korrektur? Wir hatten darüber gesprochen, dass der Nasdaq ja eigentlich eine 1, 2, 3, 4, 5 eventuell gemacht hat. Dann wäre eine A, B, C eine Korrektur und wir könnten schon wieder auf dem Bohlenmarkt unterwegs sein. Die dafür entscheidende Marke ist diese hier. Das ist das Hoch, was wir am 7. Juli so Nachmittag 16 Uhr rum hatten. Das Hoch liegt in etwa bei 15.360 in etwa. Bitte messt das nochmal. Ich habe das hier auf den Nasdaq 100 Future, der Mini-Future gerechnet, falls ihr andere Kontrakte handelt. Aber das wäre für mich die Entscheidungsmarke. Geht er da durch, ist meine Erwartungshaltung, dass wir das, was wir hier hatten, vielleicht sogar noch deutlich länger, aber dass wir das, was wir da hatten, jetzt muss ich es nur rüberziehen können, nochmal bekommen. Also wir zumindest mal eine Chance haben auf ungefähr 15.660 irgendwie was plus x. Also wenn wir diese durchstoßen, dieses Zwischenhoch, dann gehen wir wohl auch dadurch und ich vermute mal mindestens so eine A, B, C Projektion mit Chancen auf mehr, falls der Bullenmarkt sofort greift. Profis werden erkennen, dann hätten wir immer noch die Option dreiwellig runter, dreiwellig hoch und notfalls dann nochmal runter und anschließend erst hoch. Das ist für viele komplex. Viele wissen, ah, das ist doch eine Seitwärtskorrektur, aber diese Entscheidung wird hier gefällt. Und völlig zu Recht, weil ihr häufig kritisiert mal, ah, die Charts, die sagen einem das doch nicht. Nee, die Charts sagen das nicht. Hier werden irgendwelche Nachrichten geprüft werden. In der Kurs hier steht, werden Marktteilnehmer sagen, ah, geil, neues hoch. Sollen wir oder warten wir nochmal? Das hängt davon ab, was hier dann verkündet wird an Nachrichten und wie die Marktteilnehmer auf exakt diese Nachrichten reagieren. Also wenn ich einen jetzt wählen müsste, Nasdaq gefällt mir mit am besten, mit der möglichen Fortsetzung zumindest mal ungefähr bis in diesen Bereich, den ich hier angedeutet habe. Das halte ich für durchaus plausibel, wenn er da diese Zwischenhochmarke, die ich genannt habe, durchstößt. Notfalls guckt euch das Video nochmal an oder spult zurück. Im Fünf-Minuten-Chart sehe ich das im Moment ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Wir waren zwar relativ steil hoch, aber auch wieder runter. Also ob er jetzt schon willens und in der Lage ist, ist mal dahingestellt. Denkt dran, ich hatte das hier in der alten Zeichnung nochmal, auch jetzt wäre es hier beim Nasdaq ähnlich, wie ich es bei den anderen gesagt habe, überhaupt kein Kursverbrechen, wenn der Kurs nochmal auf 14.800 runtergeht, sprich diese A, B, C. Und wer sich jetzt wundert, wie jetzt entweder runter oder hoch, ja, das ist der Trigger. Deshalb warten wir, wenn diese Marke durchstoßen wird, dann wird vorläufig das hier oben freigeschaltet. Bleiben wir unterhalb, ist diese Marke durchaus relevant. Für mich kein Short, ehrlich gesagt, weil die Abwärtsbewegung nicht wirklich shortbar aussieht, so wie sie im Moment jetzt ist. Sie war vielleicht vorher shortbar im Sinne von 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C und dann hier jetzt. Irgendwie sowas passt von den Größenordnungsverhältnissen nicht so gut zusammen, weil das CRV da nicht so gut ist. Aber das Muster war zumindest vorläufig offshort eingestellt. Aber die Zielmarke, solange wir unterhalb dieser genannten Marke da bleiben, ist wahrscheinlich sogar nochmal die 14.700. Und damit sind wir d'accord mit all den anderen Indizes, die wir gesagt haben, die eine Chance haben, nach oben zu gehen. Dann müssen sie es aber triggern. Aber realistisch kein Problem hätten, wenn sie nochmal einmal dieses etwas tiefere Niveau ansteuern. Das haben wir bei allen Charts bisher gehabt. Wir sind gespannt, was der Markt macht. Ich hoffe, dass ihr für euch die richtigen Handelsentscheidungen fällt. Behaltet mindestens die großen. Also alles, was dazwischen ist, im Zweifelsfall, wenn euch das zu hibbelig ist und ihr sagt, da kann ich jetzt nichts mit anfangen, dann wartet das ab, bis er eben die entsprechenden Triggermarken erreicht. Aber ihr habt zumindest mal eine Idee, wo sinnvolle Stops sind und wo mögliche Trigger sind, um dann die nächste Aufwärtsrichtung wieder loszutreten. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.